In diesem Video-Tutorial nähern wir eine Baumdecke für unseren Weihnachtsbaum. Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist die Risa von Semidolls. Es ist mal wieder Zeit für ein Freebie des Monats. Alle meine Freebooks können in meiner Facebook-Gruppe heruntergeladen werden, in den Dateien. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und falls du keinen Facebook-Account hast, dann kannst du mir eine E-Mail via meiner Webseite schreiben. Und jetzt geht's los! Ich nehme zwei große Stoffstücke und falte sie zur Hälfte. Klebe das Schnittteil wie angegeben zusammen. Dann nehme ich ein großes Stück Zeitung, falte es und schneide ein doppeltes Schnittteil aus. Das wiederhole ich und klebe die beiden doppelten Teile zusammen, sodass ich ein Viertel der Baumdecke habe. Nun zeichne ich rund um das Schnittteil herum auf den Stoff mit einem Stoffmarker und schneide es mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter aus. Ich habe nun zwei Baumdeckenhälften. Bitte verzeih meinen Fuß hier im Bild. Um die Wartierung zurechtzuschneiden, lege ich den Stoff des Rückteils auf die umgefaltete Wartierung. Ich nehme eine Polyesterdecke und achte darauf, dass ich es ohne extra Nahtzugabe zuschneide. Ich schneide eine Seite auf für die Öffnung auf der Rückseite der Baumdecke. So sieht das dann aus. Dann nähe ich die beiden Teile entlang einer Seite zusammen. Die andere Seite werde ich offen lassen für die hintere Öffnung der Baumdecke. Dann lege ich das Rückteil auf die Wartierung und nähe die beiden Teile mit einem groben Heftstich entlang der äußeren Kanten zusammen. Für die Oberseite der Baumdecke schneide ich jeweils vier Teile aus vier verschiedenen Stoffen aus. Um das Oberteil zu machen, nähe ich zunächst jeweils zwei der 16 Teile zusammen. Dann nähe ich jeweils zwei doppelte Teile zusammen und dann jeweils zwei der Baumdeckenviertel. Musik Musik Nun habe ich zwei Baumdeckenhälften. Die lege ich rechts auf rechts zusammen und nähe sie entlang einer Kante zusammen. Die andere lasse ich offen für die hintere Baumdeckenöffnung. Dann stecke ich das obere Baumdeckenteil rechts auf rechts auf das untere. Auf der hinteren Baumdeckenöffnung stecke ich jeweils drei Bänder auf jede Seite auf gleicher Höhe ein und stecke sie fest. Das wird mein Verschluss für die Baumdecke. Du kannst auch Knöpfe und Knöpflöcher annähen, wenn du magst. Ich muss mal wieder um Verzeihung bitten hier für die Kameraperspektive, aber ich hoffe man kann doch einigermaßen sehen, was ich hier mache. Musik 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 Nähe rundherum und lass eine Wendeöffnung zwischen zwei der Bänder und der Bänder. nach ein paar Bänder im Hintergrund zu vom Schlag des Verschlusses. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Mache Schnitte in die Rundungen und schneide die Ecken ab, damit sich der Stoff leichter wenden lässt. Wende die Baumdecke durch die Wendeöffnung nach außen. Nähe die Wendeöffnung von Hand zu. Untertitelung. BR 2018 Und dann haben wir es auch schon geschafft. Hier ist meine Baumdecke. Ich weiß nicht, wie gebräuchlich die sind in Deutschland. Wir hatten nie eine Baumdecke. Aber hier in Australien haben wir diese schönen hässlichen Plastikbäume mit schrecklichen Ständern. Und da ist so eine Baumdecke ganz schick, um das zu verbergen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde mich freuen über Fotos in der Semi-Facebook-Gruppe von euren Kreationen. Und dann hoffe ich, dass ich euch ganz bald wiedersehe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlasse mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Video-Wünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!